Auf dem Thron, fertig, los! Mitte April startet die 8. und finale Staffel von Game of Thrones. Die Episoden, die teilweise Spielfilmlänge haben, werden von GoFans heiß erwartet. Doch den Hype um die HBO-Serie heizt jetzt ein neuer Marketing-Code des Senders an. Im Rahmen der Kampagne für den Thron gibt es drei Kategorien. Eine davon ist die Suche nach echten Thronen, die irgendwo auf der Welt versteckt sind. Auf der Quiz-Seite ruft HBO die Fans der Serie auf, nach den insgesamt sechs Thronen zu fahnden. Die Suche auf einen Herrschersitz ist bereits eröffnet, ein Video auf der eigens für die Kampagne errichteten Webseite zeigt ihn in einem Wald. Dazu soll ein Zitat von Godard-Stelle Pedro Pascal, 43, einen Hinweis liefern, es ist eine große und wunderschöne Welt. Die meisten von uns leben und sterben in derselben Ecke, wo wir geboren sind, und bekommen nie etwas davon zu sehen. Ich möchte keiner der meisten von uns sein, heißt es kryptisch. Ein Countdown markiert die Laufzeit der Aktion. Sieben Staffeln lang hackt ihr den Protagonisten beim Lügen, Bluten und Opfern für den eisernen Thron zugesehen, heißt es auf der Webseite. Nun sei es im Vorfeld der achten Staffel an den Fans, zu zeigen, wie weit sie gehen würden. Neben der Thronsuche drehen sich die beiden anderen Aktionen um Blutspenden in Kooperation mit dem Roten Kreuz sowie kunstvolle Reproduktionen von Originalrequisiten durch 18 Künstler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017